Facts, zum Gruß der Leute und damit herzlich willkommen zum vorerst letzten Redcon News Video, der Redcon Vlog bzw. Showreel. Das kommt noch, aber das ist das letzte News Video und heute geht es um die Recina-Spielhilfen. Fangen wir direkt einmal an mit meinem Highlight und das ist auf jeden Fall die neue Aventurien-Karte. Diese Karte ist größer als 4xA0 und ich glaube so um die 2,30 Meter hoch allein, wenn man sie ausdruckt, ohne Qualitätsverlust. Und man hat dabei einige interessante Infos erfahren, denn diese neue Aventurien-Karte ist deutlich, deutlich, deutlich detaillierter als die, die wir bisher kennen. Bisher ist da eine Print-Version erhältlich, die ich glaube so in etwa an 0 oder so groß ist, also nicht ganz so groß logischerweise wie die originale Karte und die gab es bereits auf der Redcon, wann die jedoch jetzt öffentlich erscheint, ist bisher noch nicht klar. Außerdem ist ein neuer Punkt die freie Verfügbarkeit und das ist auch so eine Sache, wird die jetzt auch als Nicht-Print, also als Digital-Version erscheinen. Dazu gibt es bisher wirklich noch keine Information, es wurde wohl intern darüber noch nicht direkt geredet, aber es bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Ich denke am Anfang erstmal nicht, aber irgendwann später kann ich mir das doch ganz gut vorstellen. Damit ihr mal einen Eindruck kriegt, wie krass das ist und wie detailliert, habe ich das mal hier von einem Monitor abgefilmt. Es ist von der Qualität her leider nicht ganz so gut, aber ich denke man sieht dann gleich, was man sehen sollte. Und man sieht hier, wie extrem detailliert das ist und selbst das hier war eine leicht komprimierte Version, das heißt es geht eigentlich noch genauer. Das ist wirklich unglaublich, wie ich finde und auf jeden Fall mein Highlight der Redcon. Mit Karten geht es direkt weiter und zwar mit Havena. Da wurde jetzt ein Bild zur großen Havena-Karte hier gezeigt. Die ist doch auch schon sehr, sehr eindrucksvoll. Und apropos Havena, es geht natürlich auch mit dem Städteband weiter. Dieser wird meines Erachtens nach, glaube ich, im Oktober kommen und das Crowdfunding ist da ja zu Ende gegangen und dieser Band erscheint für 40 Euro dann in der Hardcover-Variante. Das war ja soweit alles schon bekannt und auch zu den Spielhilfen, die habe ich hier nochmal mit drin, Unendlichkeit im Tiefenrausch und Seemannsgun und Krakensilber. Da wird es zum einen um die Unterstadt, die Monster gehen, außerdem werden da Paktregeln, Paktgeschenke für Nominoru-Priester drin sein und Charybderot-Anhänger. Außerdem natürlich noch neue Ausrüstung, Kreaturen für die Unterstadt und so weiter. Also zwei Sachen, die sich deutlich nochmal hier mit der Region Havena beschäftigen. Seemannsgun und Krakensilber wird außerdem nochmal einen großen Fokus auf die Gebäudebeschreibungen legen und auch den Handel nochmal damit einbeziehen. Wir machen nun weiter mit den Flusslanden. Ein Band, der wahrscheinlich so um den Jahreswechsel erscheinen wird. Und dieser Band ist natürlich auch schon länger erwartet und es gibt auch in vorherigen News-Videos dazu nochmal ausführliche Sachen, was da alles drin sein wird. Also wenn ihr mehr zu dem Flusslanden wissen wollt, das habe ich nochmal hier in einem extra Video in der Beschreibung verlinkt. So viele Neuigkeiten gab es dazu nämlich leider nicht. Es gab ja bisher an sich das Problem, dass sehr, sehr wenige Regionalspielhilfen rauskamen und jeder hat sich gewünscht, dass wir endlich mal die nächste sehen, denn die Siebenbündküsse ist auch schon wirklich ewig her und jetzt soll da wirklich ein ganz großer Fokus drauf gelegt werden. Denn es wurde versprochen, dass wir 2019 drei Regionalspielhilfen pro Jahr erhalten können. Bis zu vier wurde dann versprochen. Ob das natürlich jetzt eingehalten wird, ist eine andere Sache, aber es wurde zumindest bestätigt, dass das wirklich vernachlässigt wurde und jetzt setzt man da wirklich die Arbeit dran und es wird auf jeden Fall eine höhere Dichte an den Regionalspielhilfen geben, was sich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut anhört. Gut angehört oder beziehungsweise auch gut aussehen, tut schon mal das Cover zu der Regionalspielhilfe zu Thorvald und den Gjalska-Land. Ja, dieser Band ist auch natürlich schon heiß erwartet, wird jedoch erst 2019 rauskommen. Allerdings gab es hier auf der Redcon so viel gar keine Informationen, außer die, die wir bisher schon kennen. Wozu es jedoch ein bisschen was Neueres auf Nachfrage beziehungsweise so ein bisschen verdeckt oder versteckt in dem Zukunftspanel gab, das waren so ein paar Informationen dazu, wie es denn weitergeht mit den Regionalspielhilfen. Und da wird wahrscheinlich die nächste Regionalspielhilfe das Bornland sein, denn es wurde etwas versprochen, was schon sehr, sehr stark in den Abenteuern bisher behandelt wurde. Dann könnte man natürlich dort das Bornland vermuten, das war auch schon mal vorher irgendwie angekündigt, soweit ich weiß und das wird auf jeden Fall nach der Torvaldregionalspielhilfe kommen. Danach wird es uns in den südlichen Osten Aventuriens verschlagen und ja, da ist es natürlich sinnvoll, dann hier eine Spielhilfe entweder zu Aranien oder den Thulamidenlanden herauszubringen. Und ich schätze mal, dass es die Thulamidenlande waren, denn ich habe mit Alex persönlich nochmal gesprochen und wir haben über die Städtebände geredet und da wurde unter anderem von ihm Fasar und Konschum mehrmals erwähnt. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wahrscheinlich die Thulamidenlande da irgendwas in die Richtung kommt. Und Städtebändemäßig wird wahrscheinlich auch so, dass die Fasar oder Konschum aufgegriffen werden. Ob das jetzt in einem Crowdfunding kommt, das wurde so ein bisschen halb bestätigt. Also es ist sehr erfolgreich angekommen und ja, wahrscheinlich werden diese zukünftigen Bände auch wieder im Crowdfunding erscheinen. Das konnte ich zumindest so zwischen den Zeilen herauslesen, wenn man es so sieht. Ja, das ist natürlich die weitere Planung wahrscheinlich dann für die Städtebände. Wie es jedoch mit der Anfang weitergeht, da die Kampagne auch erstmal ein bisschen weiter nach hinten verschoben wurde, da ist auch die Regio erst wahrscheinlich danach geplant und nicht während oder vor der Anfallkampagne. Die Frage ist natürlich, ob es dann wirklich direkt danach kommt. Dazu ist bisher noch nicht wirklich groß was geplant. Was sicherlich auch viele von euch interessiert, das ist nicht nur der Kontinent Aventurien, sondern es gibt natürlich auch noch Myrhanor, Oturia, Tarun und meinetwegen auch noch das Riesland. Fangen wir zunächst mal mit den beiden ersten an, und zwar Myrhanor und Oturia. Ulysses hat mittlerweile die Lizenz von Myrhanor, aber da wird wahrscheinlich in Zukunft eher weniger kommen. Zumindest ist folgendes geplant. Zwischen Myrhanor und oder Oturia wird eine engere Verbindung in Form von Seewegen oder ähnlichem mit Aventurien stattfinden. Das ist jedoch, wie gesagt, noch in der Zukunft und die RegioNatspielhilfen haben erstmal deutlichen Vorrang. Aber es soll eine Anbindung zwischen einem dieser beiden Kontinente auf jeden Fall geplant sein und da soll auf jeden Fall eine bessere Spielüberkeit herrschen. Wie es mit Tarun und dem Riesland aussieht, das liegt auf jeden Fall in sehr, sehr ferner Zukunft. Da ist aktuell noch überhaupt nichts geplant. Kommen wir zuletzt zu ein paar sonstigen Sachen, und zwar ist nach dem ersten Kinderbuch Allregel der Basilisken Schreck nun auch Nahema, die kleine Zauberin, als zweiter Band hier in der Pipeline. Wer von euch auf Escape Rooms steht, der kann dann bald ein DSA Escape Room in Form von dem Abenteuer Wirtshaus zum Schwarzen Keiler erleben. Denn dieses Abenteuer wird in Form eines Escape Rooms dort aufgearbeitet, und dann könnt ihr wahrscheinlich in 60 Minuten versuchen, aus dem Wirtshaus zum Schwarzen Keiler zu entkommen. Weiterhin ist eine DSA-Mini-Webserie geplant. So ein kleiner Teaser war da auf jeden Fall schon auf der Redcon und das war auch so ein kleines Highlight, sage ich mal. Da sind dann unter anderem Markus Plötz und Michael Mingers dabei, aber auch Leute von Orkenspalter werden in dieser Mini-Webserie zu sehen sein. Und das Ganze legt nicht unbedingt den Fokus darauf, dass es ernst ist, sondern man kann es eher so als Comedy-Webserie sehen, wie ich finde. Also ich fand es zumindest in dem Teaser, was wir gesehen haben, schon sehr, sehr witzig und bin auf weitere Folgen gespannt. Und ich denke mal, das wird auch bald auf YouTube dann auf dem entsprechenden Kanal online kommen. Kommen wir nun zum Letzten der lebendigen Geschichte. Und die hat natürlich auch viel mit den Regionen zu tun. Wir hatten ja so eine Mitmachaktion über das Bornland, wie zum Beispiel diese Bornland-Wahl, aber in letzter Zeit war da doch sehr, sehr wenig. Es gab nochmal diese Abenteuerreihe, wo man selber entscheiden konnte, je nachdem, wie die Leute abgestimmt haben, ging dann das Ergebnis des Abenteuers in den offiziellen Kanon ein. Aber so viel hat man davon jetzt, finde ich, auch nicht mehr gehört. Aber sowas soll in Zukunft auch kommen und scheinbar auch etwas mit einer größeren Veränderung. Es ist hier auch wieder was geplant, und zwar mit Meisterpersonen, die sehr, sehr bekannt sind. Und wenn die dann bei euch in dem Abenteuer in der Mehrzahl überleben, überleben sie wirklich. Und wenn sie sterben, sterben sie dann auch wirklich im DSA-Kanon. Hier ist was wirklich auch Epischeres geplant. Die Frage ist natürlich, wenn das rauskommt, dazu wurde jetzt auch noch nichts genau gesagt. Aber der Community-Bezug in Form von Mitmach-Aktionen, wo man sich einbringen kann, wird auf jeden Fall nicht weniger, so wurde gesagt. Gesagt habe ich hier jetzt erstmal auch genug, denke ich, und wir sind jetzt hier auch am Ende des Videos angelangt. Falls es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Bald kommt dann noch das letzte Redcon-Video, und zwar von der Con selbst, beziehungsweise das Fazit an sich zur Redcon. Außerdem haben wir noch einen Redcon-Livestream gemacht. Der wird wahrscheinlich dann auch in Kürze online kommen und auf öffentlich gestellt. Das wäre es soweit dann zu den Redcon-News. Wir hören uns dann an einem nächsten Video, Leute. Bis dahin. Ciao.